Herzlich Willkommen beim DriveTV-Spezial, heute direkt vom Smart Center in Walisele. Der 500'000. Smart for Two in der zweiten Generation wird ausgeliefert. Wir schauen mal, wer das Auto bekommt. Und in wenigen Augenblicken kommt also der 500'000. Smart von der zweiten Generation hier beim Smart Center in Walisele. Was ist das für ein Feeling, wenn man weiss, die Nummer 500'000 verlässt demnächst euer Haus? Ja, das ist ein gutes Gefühl. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, als wir mitbekommen haben, dass das Auto zu uns kommt. Dass das bei uns ausgeliefert werden darf. Und ja, der Kunde von mir ist schon eine freudige Sache. Jetzt möchten wir mal den Kunden von hier ein bisschen näher kennenlernen. Was ist das so für ein Feeling, wenn man weiss, die Nummer 500'000 gehört mir. Habe ich gekauft. Haben Sie das vorher gewusst? Das habe ich nicht gewusst vorher, nein. Es war eine Überraschung, als mir die Frau Untersee angeläutet hat. Und es ist natürlich eine freudige Überraschung. Allerdings kennt natürlich auch die Nummer 499'000, aber es ist schon speziell. Das wäre es schon wieder gewesen vom DriveTV-Spezial, hier direkt aus dem Ahrcenter in Walisele. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss, sagt Remo Civati. Tschüss. Tschüss.